Was geht? Ich bin Noah von Template und heute zeige ich dir, wie du deine Vocals richtig EQs. Bei diesem Tutorial soll es allerdings nur darum gehen, den Surgical EQ richtig zu benutzen, also der, der wirklich als erstes in der Chain kommt und die Stimme so aufräumt, dass es im weiteren Processing keine Probleme mehr gibt. Es geht jetzt hier nicht um irgendwie das Signal färben oder analoge Emulation oder sowas. Also grundsätzlich teilt man das Frequenzspektrum erstmal in grob drei Teile ein. Das geht natürlich noch viel spezifischer, aber es gibt einfach die Tiefen, die Mitten und die Höhen. Die Lows, der Bassbereich oder die Tiefen eben gehen von 0 bis 250 Hertz. Das ist in diesem Equalizer ungefähr hier. Ich kann ja mal das hier so, ne, zack. Dann haben wir die Mitten, die ab hier, also 251 Hertz, bis 4000 Hertz gehen. Das ist hier. Dann ist natürlich entsprechend alles hier drüber der Höhenbereich, die Höhen bis 20.000, weil ab 20.000 kann der Mensch das sowieso nicht mehr hören. Wie schon angedeutet, man kann das Spektrum jetzt noch deutlich detaillierter und kleinteiliger in verschiedene Parts splitten, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so relevant. Das ist ein Hintergrundwissen, aber für die Praxis an sich spielt es keine Rolle. Was jetzt allerdings wichtig zu wissen ist, dass wir mit dem unteren Frequenzbereich anfangen. Also wir arbeiten uns quasi von links nach rechts durch. Das solltest du auch immer so machen. Unten anfangen, weil wenn du hier rausschneidest, das werden wir dann auch gleich hören, kommen die Probleme, die da drüber liegen, frequenziell viel mehr zum Vorschein. Das heißt, wenn wir andersrum arbeiten würden, von oben nach unten, machen wir alles sauber, denken cool. Dann machen wir hier irgendwas und dann kommen da drüber wieder Probleme. Dann machen wir hier irgendwas. Dann kommen hier wieder Probleme, die wir hören. Das heißt, fangt am besten immer von links nach rechts jetzt hier an, also von unten nach oben frequenziell. Ach so, by the way, wenn du Bock hast, deine Mixing-Skills zu professionalisieren und solche sehr praktischen Tipps zu lernen, dann schau dir gerne mal unseren Mixing-Workshop an, wo ich dir wirklich eins zu eins, ohne jemand anderen, mit deinen Vocals in deiner DAW und mit deinen vorhandenen Plugins das Mixen beibringe, dass du jetzt nicht wie bei YouTube-Tutorials das Ergebnis nicht reproduzieren kannst, weil du die Aufnahmen nicht hast, die Plugins etc. Also ich zeige dir wirklich, wie du mit deinen Mitteln aus deinen Aufnahmen das Beste rausholen kannst. Der Link für mehr Infos ist direkt hier in der Beschreibung. Bevor wir jetzt anfangen, einmal kurz hören, was wir hier haben. Komplett trocken. Ich habe nur diesen Fruity Pitcher drauf, also Auto-Tune, Stock-Auto-Tune von FL. Shoutout an Jazzrin an der Stelle, ein sehr talentierter Template-Artist, der gerade an seinem Durchbruch feilt. Schaut gerne rein. Okay, also wir fangen unten an mit einem Low-Cut. Low-Cut heißt, dass wir wirklich einfach abschneiden, einen Bereich da drunter, der wird dann gar nicht mehr zu hören sein. Das, was ich gerade mit dem Mausrad mache, ist die Flankensteilheit, wie schnell das einfach leiser werden soll ab diesem Punkt. Da nehme ich immer so eine Flankensteilheit dritter Ordnung, heißt das. Das wäre in dem Fall 18 dB, erster, zweiter, dritter Ordnung. Könnt ihr euch so ungefähr daran orientieren. 18 dB pro Oktave, 24 dB pro Oktave, für ein weicheren auch mal 12 dB Oktave. Probiert da einfach aus und dann können wir bei männlichen Stimmen bis zu 100 Hertz alles, ohne jetzt überhaupt zu hören, problemlos wegschneiden. Weil da drunter produziert der Mensch, also der Mann, einfach kein brauchbares Signal für Vocals. Passt wegen der Flankensteilheit übrigens auf, dass ihr nicht genau bei 100 Hertz setzt und dann denkt, hier wird es ja irgendwie auch noch leiser. Also die Kurve ist halt ein bisschen weicher, das heißt hier bei 150 Hertz, da unten seht ihr es, wird es auch noch ein bisschen abgesenkt. Deswegen passt auf, dass ihr nicht wirklich genau bei 100 Hertz, sondern hier so ein bisschen drunter und dann hört, einfach während ihr das bewegt. Das können wir jetzt auch mal machen, wie viel ihr eigentlich braucht da unten. Also hier können wir wirklich ein bisschen höher gehen. Bei diesem Musikstil, Rapstil brauchen wir da unten nicht so viel am Ende, wie jetzt zum Beispiel bei Straße im Rap. Deswegen hier 100 Hertz merken. Machen wir weiter, so um 300 Hertz hat man immer so ein Badezimmer-Boominess-Sound. Der ist sehr unangenehm, der dröhnt, der drückt. Den müssen wir direkt mal als erstes kontrollieren und dadurch wird das Signal auch direkt viel heller und obenrum kommt viel mehr zum Vorschein. Hört sich dann fast schon so an, als hätte man irgendwie in den Höhen geboostet, wenn wir das rausziehen. Wir gucken mal, hier hat man natürlich auch visuelles Feedback, wo es sehr laut ist und störend, diese Raumfrequenz. Also ich denke mal, ihr hört schon, das ist so dieses wirklich dröhnige, das ist jetzt hier bei 220 Hertz. Dann nehmen wir eine relativ breite Kurve, also ein relativ breites Band mit einem niedrigen Q-Faktor. Weil wir möchten wirklich natürlich hier absenken, weil hier in diesem Bereich ist alles sehr dröhnig und das wandert ja, je nachdem welche Note er singt. Wir sehen es hier auch visuell, das bewegt sich ja. Also ihr seht, je nachdem was er singt, bewegt sich das, das heißt breite Kurve. Wir gehen hier runter und hören währenddessen natürlich, wie viel wir da rausnehmen. So, bleiben wir jetzt hier erstmal bei 4 dB, ist schon eine Menge, aber bei so einem Stil von Musik könnt ihr da untenrum ruhig ein bisschen was rausziehen. Wir können ja im Nachhinein immer noch wieder was reingeben, das ist kein Problem. Bevor wir weitergehen, wenn ein Band übrigens nicht reicht, ne, dann nehmt ihr auf jeden Fall zwei Bänder, das können wir hier auch mal machen. So, ne, dass der ganze Bereich abgedeckt ist. Beschränkt euch da nicht auf ein Band. Wenn ihr Stock-EQs benutzt mit weniger Bändern insgesamt, wo ihr jetzt nicht hier ein Band nach dem nächsten machen könnt, dann schaltet mehrere EQs hintereinander. Nehmt einen für die Lows, nehmt einen für die Mitten, einen für die Höhen. Das ist natürlich auch kein Thema. So, jetzt gehen wir weiter. In dem nächsten Bereich wird es so ein bisschen aggressiver, dröhniger. Also so ab 500 bis 1000 Hertz. Gucken wir mal, was wir hier finden. Hier bei 500 und bei 700 Hertz. Das bei 700 Hertz ist aber deutlich stärker, das heißt, darauf fokussiere ich mich jetzt, das rauszunehmen. Genau, das ist eben dieses, ja, drückende, Pappkarton-mäßige. Wir ziehen es mal raus. Ich kann auch mal den Beat ausmachen übrigens, vielleicht ist das angenehmer. So, dann wird es auch dreieinhalb rausgenommen. Ihr merkt schon, das Signal ist viel heller, viel breiter. Ich kann einmal den EQ ausmachen. Da kommen wir gleich zu Gain-Staging. Wir müssen das natürlich lauter machen, weil wir hier an Volume verloren haben. Das machen wir dann am Ende, dass es auch gleich laut nach dem EQ ist, wie davor. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter in die wirklich unangenehmen Mitten, so bei 1000, 1500 Hertz. So, ich EQ jetzt hier auch immer noch relativ breitbandig, weil ich es natürlich halten will. Diese Notch-Dinger, die sieht man oft. Die können funktionieren, wenn ihr wirklich durchs Mikrofon, durch die Membran einzelne kreischende, pfeifende Frequenzen habt. Aber die klingen unnatürlich. Wenn ihr davon zu viele macht, dann wird euer Signal artefaktisch am Ende und klingt irgendwie so phaserig komisch. Deswegen, breite Bänder gleich natürlicher Sound, könnt ihr euch auch so merken. So, dadurch wird das Signal schon mal ein bisschen weicher. Wenn wir zu viel rausnehmen, dann verlieren wir an Verständlichkeit und an Charakter und an Druck. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Gedanken, Lust zu lassen, fällt mir wirklich schwer. Ich komm nie wieder raus. Also, es ist immer, immer Mittelweg finden. Dann als nächstes haben wir so diesen Pain-Frequency-Bereich. Das heißt so, weil das hier so ein Kreischen ist. Ich werde es gleich mal boosten, dann werdet ihr hören. Da kann oft so ein, zwei Stellen sein, die echt, ja, wehtun einfach. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Gedanken, Lust zu lassen, fällt mir wirklich schwer. Ich komm nie wieder raus hier. Also, hier so bei 2,5 ist was. Hier werde ich jetzt ein engeres Band auch nehmen, weil ich wirklich diesen kleinen Bereich nur attacken, tamen möchte. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Ich kann auch noch mal ein bisschen mehr boosten, dass es wirklich unangenehm klingt. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Gedanken, Lust zu lassen, fällt mir... Brauchen wir nicht, zumindest nicht in der Menge. Hier, heißt raus. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Gedanken, Lust zu lassen. Ist dann vor allem wichtig im weiteren Processing, wenn wir da Crunch reindrehen, Distortion, irgendwie sowas wie Fresh Air und ein bisschen boosten in dem Bereich, wollen wir dieses Gekreische, dieses Eklige einfach nicht mehr mit drin haben. Ich hab hier gerade bei 3K oder so noch eine zweite Pain-Frequency gesehen, gehört vielmehr. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Gedanken, Lust zu lassen. Also ihr hört's, das ist wirklich, als würdet ihr einfach jemanden Triller-Pfeife so direkt in die Fresse ballern. Wollen wir auch nicht drin haben. Q-Faktor hoch, kann ein engeres Band sein. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Sehr schön. Sowas könnt ihr auch dynamisch machen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Muss aber jetzt nicht unbedingt beim ersten EQ. Könnt ihr machen, muss aber nicht. Jetzt haben wir so einen Zwischenbereich, wo vor allem die Verständlichkeit der Vocals liegt. Das heißt, hier EQ ich meistens nichts. Da arbeite ich dann eher mit einem Multiband-Kompressor danach. Wir können ja mal hören. Hier so 5000 Hertz ist so die Verständlichkeit einfach. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Gedanken, Lust zu lassen, fällt mir wirklich schwer. Ihr merkt, wenn ich das raus-cutte, dann versteht man die Vocals einfach nicht mehr. So, das heißt, es kann aber sein, dass hier so Sch- und Ich-Laute sind. Da können wir mal aufpassen, so bei 4000 Hertz. Können wir mal gucken. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Gedanken, Lust zu lassen, fällt mir wirklich schwer. Die sind bei ihm hier ein bisschen niedriger. Die haben wir, glaube ich, schon mitgenommen. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Gedanken, Lust zu lassen, fällt mir wirklich schwer. Da bei dem Ch-Schwer, habt ihr es gehört. Also hier sind so diese Laute, da können wir nochmal ein bisschen nachhelfen. Machen wir dann aber mit einem Multiband in der Regel, was wirklich dynamisch nur dann arbeitet, wenn es gebraucht wird. Und jetzt kommen eben die S-Laute, die ich bei diesem ersten EQ nur ein bisschen kontrolliere, wenn ich da wirklich Sachen höre, die krass stören. Der Rest macht dann erstmal der D-Esser und der Multiband. Aber wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Gedanken, Lust zu lassen, fällt mir wirklich schwer. Ja, ich komm nie wieder raus hier. Ja, ja, ich komm nie wieder raus hier. Ja, ich glaub, ich brauch ne Pause. Hol mich raus aus meinem Kopf. Also diese Aufnahme ist wirklich super gut, was die S-Laute angeht. Das klingt jetzt, wenn man das halt, ihr müsst euch überlegen, das ist jetzt 25 dB geboostet. Das klingt natürlich entsprechend furchtbar. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass das noch nicht so schlimm ist. Es gibt da wirklich Sachen, da hört ihr einfach schon, wenn es ungeboostet ist, dass es wirklich weh tut. Und ihr seht das dann auch hier entsprechend. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Und das ist wirklich super ausgeglichen im Vergleich, ne? Also es ist jetzt hier nicht irgendwie übermäßig betont oder so. Das heißt, guckt da einfach mal, probiert da aus. Wenn der D-Esser ausreicht, dann seid ihr völlig fein. Wenn ihr trotz D-Essing noch irgendwas habt, was stört, dann ist das meistens nur ein kleiner Bereich, der einfach übermäßig laut ist. Den könnt ihr dann raus EQ'n. Ansonsten, was ich noch gerne mache in diesem ersten, auch wenn der wirklich nur fürs Cutten ist, ist ein Boost, ein Shelf Boost. Also sowas hier. Das sieht so aus. Das Symbol findet ihr bei jedem EQ auch oben und unten. Um einfach so bei 8000 Hertz ungefähr 9000 Hertz so ein bisschen reinzuboosten. Damit wir zum einen den D-Esser besser zum Arbeiten bekommen, der danach kommt. Aber auch zum anderen schon mal so eine Grund-Crispiness mit reindrehen, die bei einer guten Aufnahme natürlich auch gut klingt. Können wir mal machen. Einmal ohne. Im Nachhinein merke ich, wir können hier unten auf jeden Fall noch nach EQ'n. Das ist immer noch sehr dröhnig. Da hatte ich ja gesagt, nur die 700 sind für mich interessant. Ich habe die 400 doch unterschätzt. Die sind dann jetzt eben durchgekommen, dadurch, dass wir die anderen Bereiche hier alle rausgecurved haben. Das heißt, so, hier können wir auch mal ein bisschen... Langsam glaube ich, das ist keine Phase mehr. Und jetzt ist das Signal deutlich leiser. Wir machen mal einmal aus den EQ. Langsam glaube ich, das ist keine Phase. Langsam glaube ich, das ist keine... Wir haben da jetzt ungefähr so 3, 4 dB verloren, würde ich sagen. Drehen wir mal 3,5 rein. Einmal ohne. Und ich mache ihn währenddessen an und aus. Und wir hören, ob es gleich laut ist. Wenn nicht, justiere ich noch nach. Das ist das Gain-Staging. Langsam glaube ich, das ist keine Phase mehr. Gedanken, Lust zu lassen, fällt mir wirklich schwer. Ich komme nie wieder raus hier. Ja, ja, ich komme nie wieder raus hier. Also ungefähr 4 dB haben wir am gefühlten Gain verloren. Das heißt, das drehen wir wieder rein. Jetzt kann man auch viel besser vergleichen, was der Unterschied ist. Wir gehen hier mal an eine andere Stelle vielleicht nochmal. Ja, ich glaube, ich brauche eine Pause. Hol mich raus aus meinem Kopf. Ganz egal, wohin ich laufe. Komm nicht raus aus diesem Trott. Also, die Vocals sind natürlich noch lange nicht fertig. Da kommt jetzt Kompression und all das andere Gedöns. Das ist De-Essing vor allem. Aber ihr merkt schon, wenn dieser Grundbaustein am Anfang einfach gut kommt, dann ist der Rest in der Chain auch viel leichter, weil ihr euch nicht irgendwie durch Kompressionen störende Scheiße wieder mit hochdreht oder andere Sachen mit rein. Wenn ihr wirklich alles Unangenehme am Anfang entfernt, dann könnt ihr schön Farbe reindrehen und alles und bekommt eben keine Artefakte und unangenehme Geschichten von davor mit rein. Dauert natürlich ein bisschen. Man muss ein Gespür dafür kriegen, wie viel man wo rausnehmen kann. Aber so ist es nun mal. Also, einfach üben, oft mischen. Und jetzt hören wir nochmal mit dem Beat rein. Ja, ich glaub, ich brauch ne Pause. Hol mich raus aus meinem Kopf. Ganz egal, wohin ich laufe. Komm nicht raus aus diesem Trott. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Gedanken, Lust zu lassen, fällt mir wirklich schwer. Ich komm nie wieder raus hier. Man könnte jetzt sogar wirklich noch ein bisschen in die Feinheiten oder beziehungsweise, ich würde wahrscheinlich jetzt, nachdem ich den Rest der Chain gemacht habe, nochmal gucken, ob ich hier in den Mitten was machen kann. Das kommt dann einfach immer. Man geht immer so zwei Schritte nach vorne, einen zurück. Das ist völlig normal. Also, ich naile jetzt auch nicht. Das wird man einfach nicht direkt diesen EQ. Kann natürlich auch mal vorkommen, aber nicht unbedingt. So wär's für mich jetzt nice. Und ich würde weiter zur Kompression gehen. Also, an der Stelle würde ich sagen, übt fleißig. Schreibt in die Kommentare, ob euch das geholfen hat. Sagt auch mal selber, wie ihr irgendwie EQt. Macht ihr das auch so am Anfang mit einem Surgical EQ. Und fangt ihr links an, also in den Tiefen, und geht dann nach oben, wegen Unmasking und solchen Sachen. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt auf den Mixing-Kurs, schreibt uns einfach an, auf Insta, auf TikTok, hier auf YouTube in die Kommentare. Wir kriegen da schon was hin. Ja, an der Stelle würde ich jetzt mal sagen, sind wir mit dem durch. Wir machen da gerne auch noch weiter in der Chain. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, wenn wir jetzt mit dieser Basis hier, also dieser EQ, das heißt, nächstes Video, nehmen wir genau dasselbe Projekt und machen da weiter. Mit dem Kompressor, De-Esser, was auch immer. Mit der Chain, wie wir sie halt machen würden. Wenn ihr da Bock drauf habt, sagt Bescheid. Wenn ihr andere Sachen habt, sagt auch Bescheid. Benutzt ihr so ein Surgical EQ, geht ihr von links nach rechts von den Tiefen in die Höhen. Wie ist euer Workflow? Immer sehr interessant. Und wenn ihr Bock habt auf diesen Mixing-Kurs, schreibt uns auf TikTok, Insta, schreibt hier in die Kommentare. Wir haben eine WhatsApp-Nummer, die wir euch dann geben können. Da können wir ein bisschen persönlicher alles besprechen. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt flessig. bis zum nächsten Mal. �